Hallo, ich stehe hier in Biedenkopf mit der Band Silent Seven. Die Jungs haben 2010 und 2011 Dick beim Deutschen Rock- und Poppreis abgeräumt, haben einige Gigs gespielt in den letzten Jahren in ganz Deutschland und sogar 2010 eine EP veröffentlicht. Sagt doch mal wer ihr seid und was ihr macht in der Band. Ja, ich bin der Roman, ich spiele Gitarre. Und ich bin der Detailer und ich spiele auch Gitarre. Der Jan am Schlagzeug. Und der Björn am Bassen. Nun heißt sie aber Silent Seven, wir sind ja aber heute nur zu viert. Wo ist der Rest? Ja gut, heute ist es nicht so repräsentativ. Wir sind ja ohne Sängerin schon mal. Eigentlich sind wir zu sechst, wenn wir das so hätten, wie wir es gerne hätten. Das rührt daher das Silent Seven, dass wir 2006 auch mal so hätten zählen können, dass wir sieben gewesen wären in der Gründungsphase. Und das haben wir beibehalten und das ist immer so ein netter Aufhänger. Also viele Leute fragen das, warum denn Silent Seven und man kommt gut ins Gespräch damit einfach. Und wir sagen dann immer, der siebte Mann ist das Publikum, so wie beim Fußball. Der zwölfte ist das der siebte, so bei uns. Das finde ich sehr sympathisch. Ihr habt ja im Moment eine sehr prominente Sängerin. Jana Gerke ist gerade Teilnehmerin bei Unser Star für Baku. Wo ist sie heute? Seit Montagmorgen in Köln. Die ersten Proben stehen an. Die anderen fünf Kandidaten hat sie kennengelernt. Und wann hat sie gesagt, dass sie sich da bewirbt? Ja, sie hat uns das irgendwann vor Weihnachten mitgeteilt. Das war ziemlich witzig. Sie kam rein und sagte, sie müsste uns etwas beichten. Wir haben zuerst gedacht, sie ist schwanger. Ja, hat sich dann aber als falsch herausgestellt, nachdem sie uns dann eben sagte, sie würde eben... Ja, genau, eigentlich schade. Wir haben uns eigentlich schon gefreut. Aber kam dann ja doch anders. Dass sie da eben Baku, dass sie da eben mitmacht. Wie geht's euch denn jetzt damit? Freut ihr euch für Jana oder seid ihr eher ein bisschen traurig, dass sie euch eventuell verlassen könnte? Also wenn sie uns verlassen würde, wären wir natürlich sehr, sehr traurig. Das ist ganz klar. Was jetzt natürlich überhaupt nicht heißt, dass wir ihr nicht alles Gute wünschen. Wir freuen uns wirklich sehr für sie, dass sie soweit gekommen ist. Und wünschen ihr auch weiterhin alles Gute, dass sie das eben schafft, auch bis zum Ende natürlich. Klar wären wir super traurig. Das ist gar keine Frage. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir das ihr nicht gönnen würden. Ganz im Gegenteil. Also wir drücken ihr da ganz fest die Daumen und sind wirklich auch gedanklich bei ihr. Wie sieht das mit euch aus? Hättet ihr eigentlich auch Interesse an so einer Profimusikerkarriere, wenn ihr könntet? Ja, warum nicht? Aber wir gucken einfach mal, was so passiert. Als Coverband ist das ja sowieso eigentlich relativ unwahrscheinlich, oder? Das stimmt. Aber das Schöne am Coverband-Dasein ist, dass man halt viele Aufdeute hat. Dass man als Newcomer-Band die eigene Sachen machen. Da ist das halt eben nicht so. Habt ihr denn auch mal eigene Songs geschrieben? Bis jetzt noch nicht. Ja, aber es war zumindest mal in der Runde gestanden, ob man das eventuell machen könnte. Aber genaueres ist dann noch nicht besprochen worden. Okay. Und was passiert eigentlich zurzeit so hier in Biedenkopf? Wie ist die Resonanz? Was kriegt ihr so mit auf Jana? Totaler Hype. Unsere Internetseite hat normal am Tag so 40, 50 Aufrufe gehabt. Am Wochenende nach dem Donnerstag 3000. Gästebucheinträge bei Facebook fast 100 neue Klicks. Fanshop-Bestellungen haufenweise. Ich muss ständig Pakete packen. Ich bin nur noch bei der Post. Die kennen mich schon mittlerweile. Zeitungen natürlich überall in der Region. Also Jubel, Trubel. Und wie sieht das bei euch aus? Wie verfolgt ihr so die Sendung? Also wir waren mit einer kleinen Abordnung da am letzten Donnerstag. Das war natürlich schon interessant überhaupt das Ganze mal zu sehen, wie das hinter den Kulissen abgeht und natürlich dabei zu sein, wo Jana diesen großen Erfolg hatte. Jetzt am Donnerstag fahren wieder ein paar hin und die anderen werden das am Fernsehen beobachten, denke ich mal. Da kann man wenigstens auch anrufen. Und das geht im Studio nicht? Das geht im Studio nicht. Da kriegt man alles abgenommen. Jacke, Schlüssel, Handys, bis aufs Portemonnaie muss man alles leider an der Garderobe lassen. Das ist ja auch interessant. Also wir von Campus TV gucken das auch kollektiv am Donnerstag und drücken Jana auf jeden Fall ganz dolle die Daumen. Jetzt habt ihr eigentlich sowieso schon so ein kleines Problem, denn euch fehlt ohnehin eine Sängerin. Wie sieht das aus? Wollt ihr gerade einen kleinen Aufruf starten? Ja, gerne. Gerade aus der Region Marburg haben wir sehr wenig Bewerberinnen gehabt. Im Dezember ist unsere zweite Sängerin ausgestiegen, die Kata. Und jetzt suchen wir eh schon Sängerinnen. Alle bewerben. Wir wollen gar nicht viel vorher erzählen, einfach bewerben. Was suchen wir dann schon selbst aus? Jetzt, wo Jana natürlich auch noch vor dem Absprung steht, ist das alles ein bisschen schwierig im Moment. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir stehen ein bisschen vor dem Fragezeichen. Aber ich glaube, im Bett abends träumen wir alle davon, dass Jana bei uns bleibt. Und dann wird das auch hoffentlich Realität sein. Also hat die neue Sängerin eventuell sogar eine Chance, irgendwann an Janas Seite zu singen? Hoffen wir es mal. Dennoch denke ich mal, wollt ihr vielleicht auch diesen Weg nutzen, um Jana viel Erfolg zu wünschen? Ja, also wir wünschen Jana auf jeden Fall ganz viel Erfolg und hoffen auf jeden Fall, dass sie es schafft. Und ja, wir drücken ihr einfach ganz fest die Daumen. Genau. Und wir, Jana und ich, wir sind am Donnerstag auch wieder in Köln dabei und bis dann Jana. Alles klar. Dann auf Wiedersehen. 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 Vielen Dank.